Es ist nicht nur Gewinnen, es ist die Chance auf Sonne im Haar und ein Strahlen im Gesicht. Die Chance auf mehr Spielraum im Alltag, im Urlaub und ganz grundsätzlich. Es ist nicht nur Gewinnen, sondern auch Gewinn-Sparen. Weil Gewinnen und Sparen bei uns zusammengehört. Für mehr kleine Feuerwerke und finanzielle Freiheiten. Für das besondere Etwas. Für mich, für uns und für andere. Es ist gemeinsam helfen und vor Ort gemeinnützige Einrichtungen unterstützen. Gewinnen, Sparen, Helfen. Die Gewinnsparlotterie der Volksbanken Raiffeisenbanken. Jetzt informieren in einer Filiale vor Ort, in ihrem Online-Banking oder auf vr.de slash Gewinnsparen.